Günther Heidemann ist ein deutscher Historiker. Er ist Professor für Neuere und Zeitgeschichte an der Universität Leipzig und Direktor des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung. Leben Günther Heidemann leistete nach dem Abitur 1969 in Forchheim Wehrdienst bei der Gebirgsjägertruppe der Bundeswehr. Von 1970 bis 1976 studierte er Geschichte, Germanistik, Sozialkunde und Italienisch an den Universitäten in Erlangen-Nürnberg-Bonn, Pisa und Florenz und legte 1976 an der FAU Erlangen-Nürnberg das Staatsexamen für das höhere Lehramt ab. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Burschenschaft der Bubenreuther Erlangen. Zwischen 1977 und 1982 arbeitete er zunächst am dortigen Institut für Gesellschaft und Wissenschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter und nach seiner Promotion mit Summa Cum Laude als Assistent an der FAU Erlangen-Nürnberg. Abschließend war Heidemann als akademischer Rat A. Z. am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bayreuth tätig. Bis er im Jahr 1985 an das Deutsche Historische Institut London wechselte, dort war er bis 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Während dieser Zeit habilitierte Heidemann sich 1991 an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät in Bayreuth. Anschließend übernahm er Lehrstuhlvertretungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. In Bonn und arbeitete als Abteilungsleiter in der Außenstelle Potsdam zur Erforschung der Geschichte der SBZ-DDR des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Im Jahr 1993 nahm Heidemann schließlich einen Ruf auf die Professur für neuere und Zeitgeschichte am historischen Seminar der Universität Leipzig. An, seit 2010 wird der Lehrstuhl durch Detlef Brunner vertreten. Zudem wurde er im Juli 2009 zum Direktor des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden berufen. Er ist Vertrauensdozent der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Seine Forschungsschwerpunkte sind DDR-Geschichte, Diktaturenvergleich und italienische Geschichte. Heidemann ist Mitglied des Fachbeirats Wissenschaft der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Deutschlandforschung, Mitglied der Wissenschaftlichen Beiräte des Deutschen Historischen Museums, des Instituts für Zeitgeschichte und der Stiftung Lettersberg. Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft. Mitglied der Wissenschaftlichen Auswahlkommission pro Niedersachsen. Kuratoriumsmitglied der Horst-Springer-Stiftung in der Friedrich-Ebert-Stiftung und Mitglied der Gestaltungskommission für den Dresdner Revolutionsweg 1989-90. Außerdem ist er Herausgeber der Zeitschrift Totalitarismus und Demokratie und Mitherausgeber von Precessi-Story-Zieh. Politische D-Pace Auszeichnungen 1980 Ernst Richard Preiss für DDR und vergleichende Deutschlandforschung des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen für seine Dissertation. Geschichtswissenschaft im geteilten Deutschland. 1992 Preiss der Wolf-Herich Kellner Gedächtnis Stiftung für seine Habilitationsschrift Konstitution gegen Revolution. Die britische Deutschland- und Italien-Politik 1815 bis 1848. 2007 Orden Cavaliere del Ordine della Stella della Solidarietta Italiana. Schriften, Monographien, Geschichtswissenschaft im geteilten Deutschland. Entwicklungsgeschichte, Organisationsstruktur, Funktionen, Theorie und Methodenprobleme in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR. Lang, Frankfurt am Main U.A., 1980 ISBN 3-8204-6179-5. Karl Ludwig Sandt. Die Tat als Attentat Oberfränkische Verlagsanstalt, Hof 1985 ISBN 3-921615-666. Konstitution gegen Revolution. Die britische Deutschland- und Italien-Politik 1815 bis 1848. Wandenhöck und Ruprecht, Göttingen U.A., 1995 ISBN 3-525-36321-4. Die Innenpolitik der DDR. Oldenburg, München 2003 ISBN 3-486-55770X. Punkt. Herausgeberschaften mit Alexander Fischer. Geschichtswissenschaft in der DDR. Zwei Bände, Dunker und Humblott Berlin, 1988, 90. ISBN 3-428-06560-3. BD. I. Historische Entwicklung, Theorie, Diskussion und Geschichtsdidaktik. BD. 2. Vor- und Frühgeschichte bis Neueste Geschichte mit Adolf M. Birke. Die Herausforderung des europäischen Staatensystems. Nationale Ideologie und staatliches Interesse zwischen Restauration und Imperialismus. Wandenhöck und Ruprecht, Göttingen U.A., 1989 ISBN 3-525-363-087 mit Lothar Kettenacker, Kirchen in der Diktatur. Drittes Reich und SED-Staat. 15 Beiträge. Wandenhöck und Ruprecht, Göttingen 1993 ISBN 3-525-013515 mit Alexander Fischer. Die politische Wende 1989, 90. in Sachsen. Rückblick und Zwischenbilanz. Böhlau, Weimar U.A., 1995 ISBN 3-412-079952 mit Eckart-Jessey, Diktaturvergleich als Herausforderung. Theorie und Praxis. Dunker und Humblott Berlin 1998 ISBN 3-428-097157 mit Gunther May und Werner Müller. Revolution und Transformation 1989, 90. in der DDR. Dunker und Humblott Berlin 1999 ISBN 3-428-100034 mit Eckart Klein. Staatsresort in Deutschland. Dunker und Humblott Berlin 2003 ISBN 3-428-111338 mit Heinrich Oberreuther. Diktaturen in Deutschland Vergleichsaspekte. Bundeszentrale für politische Bildung Bonn 2003 ISBN 3-893-31482-2 mit Eckart-Jessey, 15 Jahre Deutsche Einheit. Deutsch-Deutsche Begegnungen, Deutsch-Deutsche Beziehungen. Dunker und Humblott Berlin 2006 ISBN 3-428-12130-9 mit Francesca Weil. Zuerst wurde der Parteisekretär begrüßt, dann der Rektor. Zeitzeugenberichte von Angehörigen der Universität Leipzig. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2009 ISBN 978-3-374-02705-7 mit Karel Wudeker vom Ostblock CEU. System-Transformationen 1990 bis 2012 im Vergleich. Wandenhöck und M. Brubrecht Göttingen 2013 ISBN 978-3-525-36960-9 mit Jan-Erik Schulte und Francesca Weil, Sachsen und der Nationalsozialismus. Wandenhöck und M. Brubrecht Göttingen 2014 ISBN 978-3-647-369-648